Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 32 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 390 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017